Waldmeditation Lehn dich zurück. Schließe deine Augen. Strecke deine Beine aus. Strecke deine Beine aus. Leg deine Arme neben deinem Körper. Strecke deine Handoberflächen nach oben. Atme tief durch deine Nase ein. Halte für einen Moment die Lüft an. Atme tief aus. Atme tief aus. Entspanne deine Kiefer. Entspanne deine Kiefer. Entspanne deine Kiefer. Schließe sanft deinen Mund. Schließe sanft deinen Mund. Atme durch deine Nase. Atme durch deine Nase. Fokussiere deinen Geist auf deine Füße. Fokussiere deinen Geist auf deine Füße. Spüre, wie ein sanftes goldenes Leuchten in deine Füße eindringt. Lass es deine Füße mit Wärme füllen. Lass es deine Füße mit Wärme füllen. Lass es deine Füße mit Wärme füllen. Lass es deine Füße mit Entspannung füllen. Lass deine Füße dahin fallen, wo sie wollen. Lass deine Füße einfach fallen. Fühle jetzt, wie das sanfte goldene Licht in deine Füßknöcheln steigt. Fühle jetzt, wie das sanfte goldene Licht in deine Füßknöcheln steigt. Spüre, wie deine Füßknöcheln warm werden. Spüre, wie deine Füßknöcheln warm werden. Spüre, wie deine Füßknöcheln sich entspannen. Spüre, wie deine Füßknöcheln sich entspannen. Entspanne die Muskeln rund um deine Füßknöchel. Entspanne die Muskeln rund um deine Füßknöchel. Lass dich einfach fallen. Lass dich einfach fallen. Spüre jetzt, wie das sanfte goldene Leuchten beginnt, in deine Waden zu wandern. Spüre jetzt, wie das sanfte goldene Leuchten beginnt, in deine Waden zu wandern. Spüre jetzt, wie das sanfte goldene Leuchten beginnt, in deine Waden zu wandern. Spüre jetzt, wie das sanfte goldene Leuchten beginnt, in deine Waden zu wandern. Spüre, wie sich das Leuchten in deine Waden bewegt. Spüre, wie sich das Leuchten in deine Waden bewegt. Spüre, wie deine Waden in die Matte unter dir sinken. Spüre, wie deine Waden in die Matte unter dir sinken. Entspanne die Muskeln über deinen Schienbein. Entspanne die Muskeln über deinen Schienbein. Entspanne die Muskeln über deinen Schienbein. Spüre jetzt, wie das sanfte goldene Licht in deine Knie wandert. Spüre jetzt, wie das sanfte goldene Licht in deine Knie wandert. Lass die Wärme deine Knie füllen. Lass die Wärme deine Knie füllen. Entspanne deine Kniescheiben. Entspanne deine Kniescheiben. Spüre, wie dich deine Kniekehlen entspannen. Spüre, wie dich deine Kniekehlen entspannen. Spüre, wie sich die Muskeln um deine Knie herum entspannen. Spüre, wie sich die Muskeln um deine Knie herum entspannen. Spüre, wie die Wärme in deine Oberschenkeln steigt. Spüre, wie die Wärme in deine Oberschenkeln steigt. Entspanne deine großen Muskeln im Oberschenkel. Entspanne deine großen Muskeln im Oberschenkel. Entspanne deine großen Muskeln im Oberschenkel. Lass die Wärme von der oberen auf die untere Seite deiner Oberschenkeln wandern. Lass die Wärme von der oberen auf die untere Seite deiner Oberschenkeln wandern. Spüre, wie die untere Seite deiner Oberschenkeln in der Matte unter dir sinkt. Atme einmal tief durch deine Nase ein. Atme einmal tief durch deine Nase ein. Spüre, wie die Lüft deine Lungen füllt. Spüre, wie die Lüft deine Lungen füllt. Teile deine Lippen leicht. Atme durch deinen Mund aus. Spüre, wie die Lüft an deinen Lippen vorbeizieht. Lass das warme goldene Licht nun in deine Hüftgelenke eindringen. Entspanne deine Hüften. Entspanne deine Hüften. Entspanne die Muskeln in deinen Leisten. Entspanne die Muskeln in deinen Leisten. Spüre, wie dein Hintern in die Matte sinkt. Spüre, wie dein Hintern in die Matte sinkt. Entspanne diese Muskeln. Lass nun das warme goldene Licht deinen Bauch füllen. Lass nun das warme goldene Licht deinen Bauch füllen. Spüre, wie eine Kugel aus goldenem Licht deinen Bauchbereich füllt. Spüre, wie eine Kugel aus goldenem Licht deinen Bauchbereich füllt. Spüre die Wärme der Lichtkugel. Spüre die Wärme der Lichtkugel. Atme tief in den goldenen Lichtkugel aus. Und spüre, wie es sich ausdehnt. Und spüre, wie es sich ausdehnt. Lass jetzt das Licht deine Wirbelsäule hinaufwandern. Lass jetzt das Licht deine Wirbelsäule hinaufwandern. Spüre, wie sich deine Wirbelsäule darin baden. Spüre, wie sich deine Wirbelsäule darin baden. Spüre, wie sich deine Wirbelsäule darin baden. Achte auf das leichte Anheben eines kleinen Teiles deines Rückens. Achte auf das leichte Anheben eines kleinen Teiles deines Rückens. Spüre den leeren Raum dort. Spüre den leeren Raum dort. Spüre, wie das warme goldene Licht in deine Brust strömt. Spüre, wie das warme goldene Licht in deine Brust strömt. Fülle deine Lungen mit jedem Atemzug mit dem warmen goldenen Licht. Fülle deine Lungen mit jedem Atemzug mit dem warmen goldenen Licht. Wandere nun mit deinem Geist in deine Hände. Wandere nun mit deinem Geist in deine Hände. Spüre, wie das warme goldene Licht deine Finger füllt. Spüre, wie das warme goldene Licht deine Finger füllt. Spüre, wie es die Handflächen deine Hände füllt. Spüre, wie es die Handflächen deine Hände füllt. Lass das goldene Licht in deine Handgelenke wandern. Lass das goldene Licht in deine Handgelenke wandern. Lass das goldene Licht in deine Unterarme wandern. Lass das goldene Licht in deine Unterarme wandern. Spüre, wie sich deine Muskeln mit dem Licht ausdehnen. Spüre, wie sich deine Muskeln mit dem Licht ausdehnen. Spüre, wie sich deine Muskeln mit dem Licht ausdehnen. Entspanne deine Ellenbogen. Entspanne deine Ellenbogen. Lass das Licht in deine Oberarme wandern. Lass das Licht in deine Schultern wandern. Lass das Licht in deine Schultern wandern. Entspanne deine Schulterblätter. Entspanne deine Schulterblätter. Lass die Schulterblätter ihren Weg tief in die Matte unter dir finden. Lass die Schulterblätter ihren Weg tief in die Matte unter dir finden. Lass das Licht in deinen Nacken. Lass das Licht in deinen Nacken. Spüre, wie sich dein Nacken beginnt, sich zu entspannen. Spüre, wie sich dein Nacken beginnt, sich zu entspannen. Schluck sanft und spüre, wie sich dein Hals öffnet. Schluck sanft und spüre, wie sich dein Hals öffnet. Schluck sanft und spüre, wie sich dein Hals öffnet. Trenne deine Lippen etwas. Trenne deine Lippen etwas. Atme tief durch deine Lippen ein. Atme tief durch deine Lippen ein. Atme tief durch deine Lippen ein. Atme aus. Atme aus. Spüre, wie die Luft über deine Lippen gleitet. Spüre, wie die Luft über deine Lippen gleitet. Schließe sanft deine Lippen. Schließe sanft deine Lippen. Schließe sanft deine Lippen. Lass deine Zunge in eine entspannte Position fallen. Lass deine Zunge in eine entspannte Position fallen. Spüre, wie das warme goldene Licht dein gesamtes Gesicht und deinen Kopf füllt. Entspanne deine Ohren. Entspanne deine Augen. Entspanne deine Augen. Lass es zu, dass der kleine Raum zwischen deinen Augenbrauen sich entspannt. Lass es zu, dass der kleine Raum zwischen deinen Augenbrauen sich entspannt. Lass es zu, dass der kleine Raum zwischen deinen Augenbrauen entspannt. Entspanne dein Stirn. Entspanne dein Stirn. Entspanne den oberen Teil deines Kopfes. Jetzt bist du komplett entspannt. Jetzt bist du komplett entspannt. Jetzt bist du komplett entspannt. Lass uns auf eine Reise gehen. Lass uns auf eine Reise gehen. Du stehst am Rand eines Waldes. Du stehst am Rand eines Waldes. Der Wald ist grün. Der Wald ist kühl. Der Wald ist einladend. Die Sonne scheint über die Blättern. Die Sonne scheint über die Blättern. Der Wind flüstert durch die Blätter. Du siehst einen Weg. Du siehst einen Weg. Die Sonne ist warm auf deinen Rücken. Die Sonne ist warm auf deinen Rücken. Eine kühle Brise lädt dich in den Wald ein. Eine kühle Brise lädt dich in den Wald ein. Eine kühle Brise lädt dich in den Wald ein. Der Weg ist klar. Der Weg ist klar. Der Weg ist breit. Der Weg ist breit. Es ist einfach, ihm zu folgen. Es ist einfach, ihm zu folgen. Es ist einfach, ihm zu folgen. Du gehst in den Wald. Du gehst in den Wald. Du gehst in den Wald. Du hörst die Vögel. Du hörst die Vögel. Sie rufen sich gegenseitig. Sie rufen dich. Die Vögel singen sanft. Die Vögel singen sanft. Das Lied der Vögel ist ermütigend. Der Wald ist sehr friedlich. Du nimmst die kleinen Tiere um dich herum wahr. Du nimmst die kleinen Tiere um dich herum wahr. Du siehst die Hasen hüpfen. Du siehst die Eichhörnchen spielen. Du siehst die Eichhörnchen spielen. Du hörst das leise Rauschen von fließendem Wasser. Du hörst das leise Rauschen von fließendem Wasser. Das Geräusch ist sanft. Das Geräusch ist sanft. Das Geräusch ist sanft. Das Geräusch ist einladend. Du machst langsame Schritte in Richtung der Geräusche. Du machst langsame Schritte in Richtung der Geräusche. Du machst langsame Schritte in Richtung der Geräusche. Während du gehst, spürst du die weichen Blätter unter deinen Füßen. Es fühlt sich gut an, wenn deine Füße Mutter Erde berühren. Es fühlt sich gut an, wenn deine Füße Mutter Erde berühren. Das sanfte Geräusch des Wassers ruft dich. Vor dir öffnet sich eine kleine Lichtung. Vor dir öffnet sich eine kleine Lichtung. In der Mitte der Lichtung ist ein kleiner Teich. Er wird durch einen kleinen Bach gespeist. Er wird durch einen kleinen Bach gespeist. Der Bach stürzt einen sanften Abhang hinab. Der Bach stürzt einen sanften Abhang hinab. Der Bach füllt den Teich langsam. Der Bach füllt den Teich langsam. Der Bach gleitet leise über den hinteren Rand hinaus. Der Bach gleitet leise über den hinteren Rand hinaus. Danach wandert der Bach in den Wald. Der Bach setzt seine Reise in den Wald fort. Der Bach verschwindet in den dunklen Schatten. Der Bach verschwindet in den dunklen Schatten. Da sind Steine rund um den Teich. Da befindet sich eine Öffnung in den Baumwipfeln. Da befindet sich eine Öffnung in den Baumwipfeln. Sonnenstrahlen scheinen herab. Sonnenstrahlen scheinen herab. Die Steine sind von der Sonne warm. Die Steine sind von der Sonne warm. Das Sonnenlicht tanzt in den Blättern. Die Blättern tanzen in den Baumwipfeln. Die Brise tanzt in den Baumwipfeln. Die Brise tanzt in den Baumwipfeln. Du gehst zum größten Stein und setzt dich darauf. Du gehst zum größten Stein und setzt dich darauf. Er ist sehr gemütlich. Er ist sehr gemütlich. Er umfasst deinen Körper. Er hält dich fest. Er hält dich fest. Du sitzt und hörst dem Wald zu. Du sitzt und hörst dem Wald zu. Du hörst den Bach gurgeln. Du hörst den Bach gurgeln. Du hörst die Blätter tanzen. Du hörst das Sonnenlicht lachen. Du schließt deine Augen. Dein Herz ist mit Fröhlichkeit gefüllt. Du spürst eine sanfte Präsenz. Es ist ein anderes Wesen. Es ist ein anderes Wesen. Du öffnest deine Augen. Neben dem Bach steht eine wunderschöne Hirschkuh. Neben dem Bach steht eine wunderschöne Hirschkuh. Ihre weichen braunen Augen schauen auf dich. Ihre weichen braunen Augen schauen auf dich. Sie ist total entspannt. Sie ist total entspannt. Du sitzt und schaust auf den Hirsch. Du sitzt und schaust auf den Hirsch. Du sitzt und schaust auf den Hirsch. Sie ist sehr still. Sie ist sehr ruhig in deiner Gegenwart. Sie ist sehr ruhig in deiner Gegenwart. Sie ist sehr sanft. Sie lässt dich sanft ein. Sie lässt dich sanft ein. Sie lässt dich mit der Liebe für alle Dinge füllen. Sie lässt dich mit der Liebe für alle Dinge füllen. Sie bewegt sich nicht. Sie bewegt sich nicht. Sie schaut dir tief in die Augen. Sie schaut dir tief in die Augen. Du fühlst dich ruhig und entspannt. Du fühlst dich ruhig und entspannt. Du fühlst Liebe. Du fühlst Liebe. Dein Herz ist offen. Dein Herz empfängt die Schönheit des Waldes. Dein Herz empfängt die Ruhe des Teichs. Dein Herz empfängt die Liebe des Hirschs. Dein Herz empfängt die Liebe des Sonnenlichts. Dein Herz empfängt die Liebe des Sonnenlichts. Dein Herz empfängt die Liebe der Blätter. Dein Herz empfängt die Liebe der Blätter. Dein Herz füllt sich mit der Liebe der tanzenden Brise. Dein Herz füllt sich mit der Liebe der tanzenden Brise. Dein Herz ist erfüllt. Dein Herz ist erfüllt. Dein Herz ist erfüllt. Die Hirschkuh verweilt. Die Hirschkuh verweilt. Sie schließt sanft ihre Augen. Sie öffnet ihre Augen. Sie sieht dich ein letztes Mal an. Sie sieht dich ein letztes Mal an. Sie wandert ruhig zurück in den Wald. Sie wandert ruhig zurück in den Wald. Du sitzt ein wenig länger. Du atmest tief ein. Du atmest tief ein. Du spürst die Sonne tanzen. Du spürst die Blätter schimmern. Du dankst dem Hirsch für seine Gegenwart. Du dankst dem Hirsch für seine Gegenwart. Du dankst dem Hirsch für seine Ruhe. Du dankst dem Hirsch für sein Vertrauen. Du erhebst dich von deinem Stein. Du erhebst dich von deinem Stein. Du findest den Weg, der dich zu diesem Platz geführt hat. Du findest den Weg, der dich zu diesem Platz geführt hat. Du gehst langsame, graziöse Schritte auf dem Pfad. Mit jedem Schritt fühlst du dich mehr und mehr erfrischt. Mit jedem Schritt fühlst du dich energischer. Mit jedem Schritt fühlst du dich energischer. Mit jedem Schritt fühlst du Liebe. Mit jedem Schritt fühlst du Liebe. Mit jedem Schritt fühlst du Liebe. Du nährst dich dem Anfang des Pfades. Du nährst dich dem Anfang des Pfades. Du machst drei Schritte. Du machst drei Schritte. Du spürst, wie dein Bewusstsein zurückkehrt. Du spürst, wie dein Bewusstsein zurückkehrt. Du spürst, wie dein Bewusstsein zurückkehrt. Du nimmst den Raum um dich herum wahr. Du nimmst den Raum um dich herum wahr. Du machst zwei Schritte. Du nimmst deinen Atem wahr. Du nimmst deinen Körper wahr. Du machst einen Schritt. Du machst einen Schritt. Du bist wieder am Rande des Waldes. Du bist wieder am Rande des Waldes. Die Sonne scheint auf dein Gesicht. Die Sonne scheint auf dein Gesicht. Die Brise streichelt deine Haare. Die Brise streichelt deine Haare. Du nimmst den Boden unter deinen Füßen wahr. Du nimmst den Boden unter deinen Füßen wahr. Du bewegst deine Füße langsam. Du bewegst deine Hände langsam. Du bewegst deine Hände langsam. Du hast die Botschaft des Waldes empfangen. Nimm sie mit in deinen Alltag. Nimm sie mit in deinen Alltag. Nimm sie mit in deinen Alltag. Ein Leben voll mit Energie. Ein Leben voll mit Wertschätzung. Ein Leben voll mit Wertschätzung. Ein Leben voller Liebe. Ein Leben voller Liebe. Kehre zurück zu vollem Bewusstsein. Kehre zurück zu vollem Bewusstsein. Kehre zurück zu völliger Aufmerksamkeit. Kehre zurück zu völliger Aufmerksamkeit. Kehre zu völliger Achtsamkeit zurück. Kehre zu völliger Achtsamkeit zurück. Kehre zurück. Kehre zu völliger Achtsamkeit zurück. Öffne deine Augen. Öffne deine Augen. Öffne deine Augen.